Anfang 2019 habe ich ein Interview gegeben für den Bayerischen Rupfunk, also BA2, und seitdem hat sich viel geändert. Also wenn ich das jetzt rückblickend mal betrachte, dann komme ich da schon zu anderen Ergebnissen. Wenn ihr euch dafür interessiert, was ich damals gesagt habe, wie es heute bei mir ausschaut, dann bleibt mal dran. Ich sage immer Krisenvorsorge oder Vorsorge trifft es wahrscheinlich am besten. Das Wort Prepper, da bin ich erst strafgestoßen vor vielleicht sieben, acht Jahren, als es so aus der USA rübergeschwappt ist nach Deutschland. Wo gehen wir hin? Keller. Okay. Wir lagen hier unser Obst in Kisten, das wir geerntet haben. Hier steht unser selbst eingemachtes. Oh, was haben wir denn alles? Sauerkraut, das ich selbst herstelle, Obst. Alle Reste, die wir haben, an Fleischresten etc., werden eingekocht, bevor man sie wegschmeißt. Es sind unfassbar viele Marmeladengläser da. Überschlagen Sie mal. Ja, so ungefähr 60 Gläser. Hier sind ungefähr nochmal, ich sage mal so 400 bis 600 Einmachgläser. Fischkonserven, Tomatenfisch, alles was günstig zu kaufen ist, kostet meistens die Dose 39 Cent. Was natürlich in einem Haushalt, wie in unserem nicht fehlen darf, ist viel Kaffee auf Ersatz. Wir trinken sehr viel Kaffee. Wir haben ja dann auch hier zum Beispiel unsere ganzen Backwaren und Gewürze drin. Das ist ein ganz kleiner Schrank, da ist nicht viel drin. Von wegen, also wenn ich jetzt hier mal reinschaue, also von wegen nicht viel drin. Hier sind unfassbar viele Gewürze, Backmischungen, Zuckernüsse, Mandeln, geriebene Sachen. Das ist noch wenig. Ja, okay. Weil das eigentliche Mehl ist hier drin unter Zucker. Also insgesamt nicht nur in diesem Schrank, sondern so ungefähr 30 Kilo Zucker. Wenn Sie mal überschlagen müssten, mit dem, was Sie jetzt tatsächlich hier haben, wie lang könnten Sie autark tatsächlich sich und Ihre Familie über die Runden bringen? Im Moment circa drei Monate. Das sieht so viel aus, aber wir sind ein Vier-Personen-Haushalt. Ich sage mal drei, maximal vier Monate, wenn man das so streckt. Allerdings, wenn ich jetzt alle Gläser noch da drüben fülle und noch zukaufe, dann plane ich einfach ein halbes Jahr. Ja, damals sind wir in unseren Keller runtergegangen. Da habe ich Ihnen gleich darauf hingewiesen, dass ich hier nicht den Kopf stoßen soll. Das ist ein bisschen niedrig davor. Ja, und hier haben wir, was auch vieles nicht erwähnt hat, unsere Ecke mit Reinigung, Reinigungsmittel, ein bisschen Vorderte, Zwiebeln, Kräuter, Kartoffelkiste. Da haben wir auch noch so eine Ecke mit Getränken. Das ist eigentlich mein kleines Prepper-Kämmerchen. Muss ich noch aufräumen. Eigentlich habe ich mit Preppen schon angefangen als Kind, aber wusste es gar nicht, dass es Prepper ist. Meine Großeltern haben ja den zweiten Weltkrieg mehr erlebt, meine Eltern auch. Und die haben danach immer wieder ihre Vorratskammer voll gemacht. Hier unten muss auch noch aufgeräumt werden. Wie es seht, wir sind auch noch im Imkern. Ich habe hier noch einiges zu tun. Aber, ja, wir haben auch einen Tisch dazu gekauft. Hier einen Zerlegetisch für Fleisch. Wir kaufen auch vom Förster Reh oder Wildschweine und zerlegen die selbst. Ja, das ist so das kleine Regal vom Eingemachten. Dann hier, das waren mal die 60 Marmeladen. Mittlerweile sind es, glaube ich, ein bisschen mehr geworden. Aber nicht viel mehr. Teilweise sind da oben auch noch Sachen, die nirgends anders eingepasst haben. Das sind nochmal so wie es aussieht. Zwetschgen von 2020. Unser Kaffee-Konsum hat sich nicht reduziert. Also wir haben hier vier mal drei Päckchen. Nein, vier mal vier Päckchen, also 16 Päckchen. Nur Kaffee. Das ist auch so unser kleines Regal. Dann haben wir hier noch eine Maischetonne. In der ist noch Mehl und Zucker. Jeweils so circa 30 Kilo. Und hier in dem Schrank, da ist ein bisschen Alkohol. Und unten nochmal, ja, man sieht es jetzt schlecht, Puderzucker und Reis und Nudeln. Auch noch ein bisschen Eingemachtes hier. Mirabellen. Süßkirschen. Ein bisschen Trocken. Obst ist noch drin. Ja, alles hat er gar nicht erwähnen können damals. Hier haben wir auch noch ein bisschen Reis und Nudeln. Das ist dieser erwähnte kleine Kasten mit den Backmischungen und den Gewürzen. Da ist auch nicht viel drin. Aus meiner Sicht zumindest nicht viel. Es sieht immer alles so viel aus. In Wirklichkeit, wenn man sich dann durchrechnet, dann ist es nicht so lange, wie es hält. Das ist der ominöse Schrank. Da ist das Mehl jetzt. Nein, oben ist Zucker. Auch schon viel weniger geworden. Da muss man wieder nachfüllen. Hier das Fach ist das Mehl drin. Auch da. Jetzt zahlt man wieder 30 Kilo zu kaufen. Ja, hier so Knappersachen. Da auch nochmal eins mit Knappersachen. Und ganz unten Öl und Essig. Was haben wir noch hier? Wir haben hier noch zwei Gefriertruhen. Gefrierschränke eigentlich. Und noch einen Kasten. Ja, wir haben ja noch einen Kasten. In dem habe ich nochmal Gänse-Schmalz. Also auch eingemachtes. Selbst eingemachtes. Zum Teil auch gekauften Faux. Da ist immer auch Gänse-Faux. Da unten ist nochmal... Genau, da habe ich mal Hühner-Faux gemacht. Und ganz unten stehen noch ein paar Flaschen. Die sind gefüllt mit dem, was wir aus dem Honig erzeugen. Nämlich mit Met. Honig, der mehr als 20% Wassergehalt hat. Den darf man nicht mehr verkaufen. Zumindest nicht nur als Honig, sondern nur noch als Kochhonig. Den veredeln wir dann zu Met. Was wäre, wenn? Das ist ein Spiel, das man als Prepper sehr oft betreibt. Indem man sich fragt, was würde ich denn machen, wenn das und das passiert? Selbst die Hochwasserbehälter werden mit elektrischen Pumpen beschickt. Dann lässt auch der Wasserdruck im Leitungssystem nach. Sie kriegen, wie gesagt, keinen Sprit mehr an der Tankstelle. Die meisten Geschäfte haben elektrische Schiebetüren. Die gehen schon mal gar nicht auf. Die Kassen gehen nicht mehr. Die können nicht mehr kassieren. Also machen sie erst gar nicht auf. Die Gefriertruhen, die in den Geschäften stehen, in den Lebensmittelgeschäften, die tauen natürlich auch ab. Inszenario für mich ist immer, dass man evakuiert wird. Oder sich selbst evakuiert. Wir haben dann unsere Fluchtdrucksäcke. Da ist das Wichtigste drin. Inklusive der wichtigsten Dokumente, die habe ich eingescannt auf USB-Stick oder in meiner Festplatte oben dabei. Weil ich dann keine große Zeit mehr habe, eine halbe Stunde zu packen. Ja, wir haben auch noch hier für 60 Liter Wasserkanister. Das sind ganz normale Faltkanister. Dreimal? Ja, das ist wenig. Wenn man rechnet, dass pro Person zwei Liter am Tag benötigt werden, reichen die 60 Liter eigentlich nicht lange aus. Ich habe einen sogenannten Katatyn-Filter und kann aus jeder Wasserquelle mehr oder weniger Trinkwasser gewinnen. Das heißt, wenn ich kein Wasser mehr habe, dann gehe ich da drüben in den nahegelegenen Teich und bediene mich da. Bei dem USB-Stick handelt es sich um einen Staub- und leicht wassergeschützten USB-Stick. 16 GB reichen für die Dokumente aus. Ihr solltet allerdings nicht vergessen, auch eure Versicherungspolisen, also die letzte Benachrichtigung der Versicherungspolisen, mit einzuscannen, um draufzuschmeißen. Neben, wenn ihr Haus habt, Eigentumserkunden, eure letzten Zeugnisse, Geburtserkunden etc. Hier seht ihr so einen kleinen Teil meiner Akkus. Die habe ich jetzt getrennt in zwei Packen. Einen für unsere Fluchtdrucksäcke und einen für zu Hause mit Ladegerät. In diesen Boxen hier sind noch Powerbänke dran. Dann habe ich hier natürlich auch noch die, die hier liegen. Wir haben ja USB-Funkgeräte, also auch eine Antenne. Wir haben zum Laden dieser Akkus auch entsprechende Faltpanels, Solarfaltpanels mit USB-Spannung. Wir haben alles entweder auf USB-Spannung ausgelegt zum Laden oder wir benutzen so einen Ladeadapter. Kann man von USB auf AA- und AAA-Akkus laden. Ja, hier muss auch mal wieder aufgeräumt werden. Ist auch ein Katatyn-Filter irgendwo vergraben. Manche haben gesagt, was ihr immer wieder vergesst, sind unsere Valkanister. Wir haben davon drei Stück, hatte ich auch erwähnt. Da hat sich nicht viel geändert. Das Wichtigste ist, dass man sich Skills oder Fähigkeiten aneignet. Ich mache das alles selbst. Entweder lese ich oder eben, ich fahre im Prepper, ich fahre nach. Da gibt es Leute, die kommen aus allen Berufszweigen. Da gibt es Metzgermeister, da gibt es Steuerberater, Rechtsanwälte. Ich habe mir mit EF was zu tun, aber ich habe mir selbst das Mauern, das Zimmern und alles beigebracht. Und solche Sachen nimmt einem keiner weg. Vorräte sind ganz nett, wenn man die hat. Allerdings, wenn man da nicht mehr kochen kann, weil kein Strom mehr da ist, hat man ein Problem. Okay, da gibt es jetzt natürlich mehrere Lösungen. Zum einen haben wir mehrere Feuerschalen. Wir können also jederzeit auch im Garten unser Essen zubereiten. Bei der Kälte natürlich ein bisschen doof. Deshalb haben wir hier auch mehrere Gaskocher. Entsprechend viele Gaskartuschen. Damit komme ich bestimmt ein Vierteljahr aus. Im Winter lege ich meine ganzen Ausrüstungen auseinander, mehr oder weniger. Ich baue sie auseinander, sortiere sie, schaue, ob alles noch funktionstüchtig ist. Jeder meint meistens meine Akkus durch. Teil der Gasbrenner. Einen anderen Teil der Gasbrenner. Und Kartuschen sind hier unten. Da müssen wir auch wieder Kartuschen nachkaufen. Ein bisschen Wasservorrat. Ein bisschen für die ersten Tage. Das ist auf jeden Fall eine Anschaffung wert. Eine Dokumentenkassette, die einigermaßen brandsicher ist. Ich kann jedem nur raten, sich sowas irgendwo hinzustellen. Und wenn man mit dem Auto fliehen kann, dann auch mitzunehmen. Die Situation zur Wasserversorgung hat sich ein bisschen geändert. Ich habe hier zum Gießen und auch als Brauchwasser, nochmals auch als Trinkwasser, einen 1000 Liter IBC aufgestellt. Die grüne Tonne fasst noch mal 220 Liter. Und ich nehme das Regenwasser her. Vom Dach, das ist zwar nicht optimal, weil das halt schon stark verunreinig runterkommen kann. Aber im Notfall hat man was. Ja, das ist unser Garten. Dieses Jahr werde ich wieder einiges mehr anbauen. In unseren Hochbeeten. Dass ich hier einiges angepflanzt habe. Es war noch vor den Eisheiligen, also kommt noch viel dazu. Das muss jeder für sich selbst beurteilen. Ich beurteile es momentan so, dass man noch keine Akutsituation hat. Also ich mache mir da auch keinen Stress. Neben den Fertigkeiten, die ich mir immer wieder mal aneigne, habe ich mir eine Büfführ-Datenbank angelegt. Zum Thema Prepa. Da sind noch zwei andere Themen drauf. Die sind aber nicht so interessant. Da ist also alles dabei, was dazugehören könnte. Von Medizin, von Landwirtschaft, von Reparaturen an Maschinen. Das ist eine riesenlange Liste. Ich glaube, ich habe mittlerweile nur für Prepa ungefähr dreieinhalbtausend Bücher gesammelt. Damals habe ich gesagt, ich mache mir da keinen Stress. Wir bereiten uns halt vor. Ich sage mal so, der Stress war es nicht. Wir haben dann bis Ende 2019, habe ich es dann auch geschafft, nicht nur ein Halbjahresvorrat anzulegen. Nicht nur das, was wir im Keller haben, ist unser Vorratsdepot. Wir haben auch noch Vorräte ausgelagert. Ungefähr genauso viel, wie jetzt hier ist. Wir kommen jetzt mit sechs Personen ungefähr ein halbes Jahr bis dreiviertel Jahr zurande. Ja, es hat sich aber viel geändert. Anfang 2020, ihr wisst, worum es geht. Darauf konnte man sich auch nicht vorbereiten. Daran habe ich auch nicht gedacht. Eine Pandemie oder eine Plandemie, wie ihr das sehen wollt. Auf jeden Fall gibt es neue Herausforderungen. Und deshalb solltet ihr jetzt anfangen mit Krisenvorsorge. Mit Vorsorge, mit Preppen, bevor es ganz zu spät ist. Die Pandemie ist eine Geschichte, die wird sich entwickeln. Da hat man wenig Einfluss drauf. Die andere Sache ist, dass sowohl die EZB als auch andere Länder, USA, Gelddrucken wie die Weltmeister. Und jeder, der mal in einem Krieg war, meine Mutter war das mal, die ist leider schon verstorben, die weiß, wie sich eine Inflation oder Hyperinflation auswirkt. Das sind ganz, ganz schlimme Zeiten. Und bevor die Sachen teurer werden, schaut jetzt, dass ihr euch noch das Wichtigste besorgt. Dazu wird es einen extra Teil geben. Vielleicht werden es auch noch mehrere Teile werden, weil ich das Ganze ein bisschen aufbereiten möchte. Und euch auch sagen möchte, ob das ihr planvoll oder mit Plan vorgehen solltet. Es macht keinen Sinn, euch jetzt ein Funkgerät zu kaufen, aber dann nichts zu essen zu haben. Da werde ich auch eine Liste veröffentlichen, mit reinstellen. Natürlich ist die immer wie immer kostenfrei hier, in der die Schritte ein bisschen skizziert sind. Schreibt einen guten Kanal. Ich werde den mal unten mit in den Kommentaren, also in die Videobeschreibung packen. Der hat das ja nett formuliert alles. Zehn wichtige Dinge jetzt mit Preppen, mit Vorsorge anzufangen. Ich sage es nicht ganz so nett. Ich sage, wenn ihr jetzt nichts tut, dann habt ihr verspielt. Denn laut Katastrophenschutz kann man nur 5% der Bevölkerung versorgen. Im Krisenfall die restlichen 95%, zu denen wahrscheinlich auch ihr gehört, werden leider ins Gras beißen. Ich sage das ganz hart. Ihr solltet euch zumindestens, und das ist auch die Empfehlung des Katastrophenschutzes, einen Vorrat für 3 Wochen zulegen. Wie schnell kann mal 3 Wochen die Versorgung ausfallen? Aus welchen Gründen auch immer. Strom ausfallen. Aber da komme ich noch drauf. Im nächsten Video. Also, bis dann. Bis dann. Bis dann.